Aua, ich werde gehittet vom Zombie. Guter Start in die Folge, Mann. Was ist denn eine... Wir haben von zwei Zombies verfolgt gerade. Easy. Okay, ich wollte eigentlich die In-Game-Sound noch lauter drehen. Scheiße. Wahrscheinlich schließen die auf den Wolf. Vielleicht schaffe ich das ja gerade eben. Was musst du machen? In-Game-Sound lauter. Wir können hier nicht stehen bleiben. Wir können hier nicht stehen bleiben. Ach, das passt, Mann. Du, von wo? Ja. Ich wollte gerade fragen, von wo das kam. Also entweder waren die tatsächlich beim Wolf nochmal, bei den Baracken, oder es kam echt aus der Innenstadt irgendwie. Ja. Ich weiß halt nicht, ob ich treffe mit der SKS. Ich bin echt ein richtiger Kack-Noob mit der Waffe. Auch schon lange nicht mehr gespielt mit der SKS. Früher richtig gut mit der SKS, bin ich richtig schlecht. Ich gehe in die Bushaltestelle. Haltestelle, Luzi? Ja, natürlich. Ich muss mir doch meinen Namen gerecht werden. Obwohl, das ist kacke, ja? Ah, ich gehe zum Supermarkt in die Halt. Oh, das sind Zombies. Nee, das geht nicht. Ich habe, glaube, Zombie-Agro. Ich habe, glaube ich, 30 FPS. Ich habe 21 nur. Gaming-Lake 059. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Richtung obere Scheune war das irgendwie. War näher, oder? Das war schon fast Feuerwehr. Nee. Äh, bist du hinter mir? Ja. Meinst du, das war Feuerwehr tatsächlich? Also Militärbasis, würde ich sagen. Okay. Eden-Update? Ich meine, ich... Ist nicht safe? Ich sehe... Die Zombies bewegen sich hier nicht. Ich glaube, das wäre bei der Scheune. Au. Au. Ah, ich werde... Ich kriege wieder keine Status-Updates. Ich blute, aber das... Game sagt, nee, du machst es nicht. Ja, ist doch gut. Achso. Nee, eigentlich nicht, aber... Eigentlich nicht. Doch, ich habe eine Statusanzeige, krass. Dann habe ich die ganze Zeit keinen Hunger und keinen Durst, offensichtlich. Also, ich meinte, es kam von der Scheune, oder? Jetzt fängt es auch ein bisschen an zu ruckeln. Siehst du Zombie-Bewegung vielleicht? Nee, ich musste mich gerade in einem Haus vercampen. Okay. Wo bist du denn derzeit? Bei den Baracken jetzt. Okay. Hast du geschossen? Nein, nein, das war nicht ich. Wo kam das her? Barack ja näher. Ich glaube, hier hat einer auf mich geschossen. Ich war... Wo war das denn jetzt gerade? Januhaus, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher. Oder daneben das Beigene. Es war ziemlich nah bei mir. Vielleicht im Double Green? Möglich. Double Green Steps. Double Green? Ja, Double Green Steps. Oder hinter mir. Ich bin richtig Paras gerade. Der hat Double Green. Alle tot, Mann. Oh Gott. Rip. Im Double Green, ja? Ja, ja. Und Wölfe. Und Zombies. Wölfe, Zombies und Spieler im Double Green. Da ist er. Bist du außerhalb vom Double Green? Oh, das ist ein Equipment. Pass auf. Nee. Ich bin jetzt beim Piano-Haus, Trico. Schießen die auf dich? Ich kann nicht schießen mehr. Oh, ja. Oh, die Zombies sind gerade echt crap. Ich habe etwas ziemlich gut an... Hier steht noch ein anderes Spiel daneben mir. Oh, hier stehen zwei. Bist du tot? Unconscious. Okay. Ich kann gerade nichts machen mit dem Zombie, Mann. Neben Double Green und rechts daneben in dem Haus. Dahinter ist noch einer. Das war keine Winchester übrigens. Was war das denn? Nee, ich meinte bloß einen anderen. Okay. Oh, was. Versuch mal, die Zombies loszuwerden. Das ist endlich ein Risky, Mann. War das eine Nate gerade? Habe ich das gerade richtig gehört? Weiß ich... Kann ich nicht sagen. Okay, warte mal. Oh mein Gott, die Zombies stören mich beim Krieg. Also der eine hat auf jeden Fall geblutet. Also einer hat schon ein bisschen was kassiert. Mhm. Da war halt noch einer. Ja, ich konnte gerade nicht weiterschießen. Ja, ja. Ja nicht. Zombies haben mich gerade von hinten umarmt. Boah, hier wird hart geschossen, Rico. Du bist Uncancious, hast du gesagt. Ich bin jetzt tot, ja. Das hat dich gerade gefinished, wahrscheinlich. Oder ich bin verblutet. Okay. Alles klar. Ja, cool. Wow. Das ist sehr geil, dass du mich hier allein lässt. Dankeschön. Oh mein Gott, der verfolgt mich. Der verfolgt mich. Alles klar. Das gibt's nicht. Der blutet, der blutet. Der musste doch umfallen, Mann. Der hat mega Hit, aber ich auch. Nee, der ist tot, glaube ich, oder? Ich glaube, der ist tot. Ich habe ihn. Bin mir nicht ganz sicher. Der atmet, meine atmet zu brutal, ne? Ich habe, okay, er ist tot, er ist tot. Einer ist down. Alter, 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 alter. What the hell, Mann? Rico, bist du noch da? Oh, MG, jetzt bin ich ganz alleine. RIP! Alles klar. So, bin ich wieder. Okay, ich habe einen getötet, gerade. Nice. Weißt du halt nicht, wo der andere ist? Der andere war noch härter equipped, wahrscheinlich. Die waren beide nicht besonders krass equipped, eigentlich. Was ist das, was war das denn gerade? Ein Huhn? Ja, ein Huhn. Alles klar. Okay, ich weiß nicht, wo der andere ist. Hm, ja, mittlerweile kann er überall sein. Nicht mal unbedingt. Ich meine, der andere, der hat mich richtig hart verfolgt gerade, der Typ. Na ja, abwarten, ne? Das, da ist er, Mann. Oh, der ist bei mir, Mann. Rico, RIP. Oh, okay. Da ist noch einer. Alter, fall doch um, fall doch um! Okay, ich habe einen zweiten. Meine Beine sind aber gebrochen. Nice. Ja, das ist eigentlich nicht so nice, hätte ich gesagt. Oh, du hast einen zweiten. Ja, aber du bist noch ein dritter. Ich bin RIP, Alter. Das war's. Oh mein Gott! Komme ich hier wie lebend weg? Das erfährst du nach der Werbung. Bewusstlos, Mann. Ich bin bewusstlos. Ein Improvised Backpack hier drin. Das heißt nichts Gutes, Leute. Ich muss irgendwo noch ein Spieler rumgammeln. Das ist tatsächlich ein Spieler. Gut. Einer down. Easy life, Mann. Easy life, Mann. Easy life. Das war bestimmt nicht nur einer. Oh mein Gott, die ganzen Zombies kommen jetzt auf uns. Der ist bestimmt da mit seiner Gruppe am Campen irgendwo hier. Ah, jetzt haben wir die Zombies an der Backpack. Jetzt haben wir echt... Oh mein Gott. Es ist die Kacke echt am dampfen gerade. Ohne Scheiß. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier vorbeikommen jetzt. Aus dem Schlammmassel. Da war sogar noch Mosin-Muni. Okay, die Zombies bleiben stehen. Nicht alle, aber... Oh mein Gott. Okay, Leute. Wie machen wir die Zombies jetzt weg? Ich hab keine Ahnung. Nach meinem Bogen laufen vielleicht, hm? Okay, ich kenn jetzt den übelsten Bogen, damit ich die abhängen kann. Also abschütteln kann. Und... Versuch dann den zu looten, den Camper. Vielleicht ist hier noch einer. Ich glaub nicht, dass er alleine war. Irgendwo hockt es bestimmt sein Maid. Okay. Oh, ne Acker. Ich hab den alles zerschossen. Rüpp. Rüpp, rüpp, rüpp. Weißt du was, aber die Max nehm ich mit. Die Max nehm ich mit. Und eigentlich brauch ich dann noch... Ja, nix mehr davon. Alles klar. Oh mein Gott, Alter. Ist nur einer, ne? Aber auch der kann gefährlich werden. Der verfolgt uns nicht. Der geht zu seiner Herde zurück wahrscheinlich, oder? Zu seinem Rudel. Außerhalb des tongue- powiedziałein. Du sollst dann besserNER Oakland singen. Und das wünsche ich mit! Und ich muss da sehen. Untertitelung des ZDF, 2020